Wir machen weiter mit, ähm, wie der Ex-Bild-Chefredakteur Frauen ausnutzte und was das wahre Problem ist von Sascha. Short hair don't care. Sonntag, 18 Uhr, Daumen hoch für meine pünktliche... Da hat sie Haare geschnitten, wenn sie nichts gesagt hätte, wäre es mir gar nicht aufgefallen. Also, keine Ahnung, sowas raffe ich immer gar nicht irgendwie. Außer es ist richtig krass von 0 auf 100 oder von 100 auf 0. Naja, das ist ja mein Job, ne? Aber nicht jeder ist perfekt. Außer natürlich Pflanzi und Pflanzinchen. Willkommen. Dieses Video wird mal wieder hochexplosiv. Es ist viel passiert in der letzten Woche. William und Kate posten ein Foto im Style von Meghan und Harry. Nein, nicht das. Oh, sorry. Kylie Jenner postet Baby... Mann, auch nicht. Jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist Bromiflash? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich bin hier bei Sascha. Enthüllt. Das ist die Queen, um fit und gesund zu bleiben. Es geht um Intrigen, Machtmissbrauch und noch mehr Intrigen. Im Fall von Julian Reichelt und der Bild-Zeitung. Und da gibt es meiner Meinung nach einige Punkte, die ich ehrlich gesagt einfach nicht verstehe. Und das würde ich ganz gerne beleuchten mit meinen neuen Haaren. Vorher kommen wir aber noch zu meinem heutigen Sponsor. Ihr wisst, Leute, ich habe nicht so viele Sponsoren, also bleibt dran. Ich habe eine heftige Überleitung. Ihr steht auf Drama und Intrigen. Boah, ich bin so heftig, ne? Dann sagt euch vielleicht die Ibiza-Affäre was. Ich sehe schon, den meisten sagt es vermutlich nichts. Tja, mir sagt es nichts tatsächlich gerade. Aber jetzt fällt mir auch auf, dass die Haare kürzer sind. Jetzt, wo sie es angemerkt hat. Boah, sieht not bad aus. In Deutschland gibt es auch in Österreich besonders viele Skandale, besonders im Fall der Politik. Wo letztens erst der österreichische Bundeskanzler zurückgetreten ist und fliegen musste. Bereits davor gab es enorme Skandale in der Politik, unter anderem die Ibiza-Affäre. Und ja, es ist genau das, wonach es klingt. Der Vizekanzler hatte ein bisschen sehr viel Spaß auf Ibiza, hat sich dann ein bisschen verleiten lassen zur Korruption und ist dann direkt in die Falle geteilt. Uff, also ich habe davon die Werbung gesehen, dieses, so eine Sky-Doku. Okay, es ist Werbung dafür. Und das Ganze wurde auch... Ah, okay, ich hatte gerade den Kontext, hatte ich gerade nicht. Jetzt erklärt es, warum da diese... Ich dachte, jetzt die Doku wäre so heftig, dass man über die berichten muss. Aber wenn es ein Product Placement ist, okay. Auf der Kamera festgehalten. Wie... Heißt nicht, dass sie nicht heftig ist, aber... Also es ist halt eine Werbung, das relativiert es ein bisschen für mich gerade. Wer sich nicht ganz korrekt verhalten hat. Die Story wurde von Sky verfilmt und mittels einer lustigen Sprache aufgearbeitet. Die Leute müssen hören, wie der Strache tickt. Die Geschichte muss raus. Das ist doch scheiße! Das ist österreichisch. Mit Humor wird da vermittelt, was genau schief lief, wo genau die Probleme lagen und woran es gelegen hat. Frag mal, was ich nachher zu euch immer, woran es gelegen hat. Mir hat die Serie persönlich sehr gut gefallen und da ich ja der Indikator bin für guten Geschmack und auf mein Wort verlasse, solltet ihr es auch anschauen. Schaut also gerne in der Infobox vorbei, falls ihr ein bisschen allgemein Wissen haben möchtet, als auch euch allgemein für Skandale interessiert. Denn glaubt mir, die Ibiza-Affäre hat es in sich und ihr könnt gerne das Angebot von Sky testen, euch das anschauen. Ich bedanke mich natürlich bei Sky für den unfreiwilligen Sprachkurs, als auch für das Insider-Wissen, also Infobox. Von einem Desaster zum anderen kommen wir also zu dem Fall Julian Reichelt. Was ist genau passiert? Am 17.10. veröffentlichte die fucking New York Times die ganze Wahrheit über den Axel Sprenger Verlag, als auch unter anderem Julian Reichelt, welcher durch Machtmissbrauch, Drogenkonsum und Affären auffällig wurde. Ja, was ich halt mitbekommen habe, keine Ahnung, inwiefern ich das jetzt richtig wiedergebe, ist, dass er wohl, ja, Kolleginnen in der Karriere einen Aufschwung, ja, ermöglicht hat, auf der Karriere leider eben hoch zu. Okay, mein Deutsch ist komplett rip, sorry. Also er hat auf jeden Fall Frauen ein Angebot gemacht, dass sie wirtschaftlich besser dastehen in der Arbeit und halt eben auch Beförderung bekommen, wenn sie knickknack mit ihm machen, sage ich mal. Keine Ahnung, wie man es sonst bezeichnet, so hier ohne direkten Strike zu kassieren oder was auch immer, zumindest demonetisiert zu werden, wobei ich eh demonetisiert bin, weil ich kein Geld bekomme, aber ich habe keinen Bock auf irgendeine Verwarnung, deswegen sage ich es wohl jetzt mal nicht. Natürlich berichtete die New York Times nicht mal ansatzweise so investigativ wie Aaron Troschke bei dem kritische Fragen an Bild Video, was mittlerweile verschwunden ist. Uff, das ist sogar verschwunden. Also da habe ich auch mitbekommen, dass einige Leute halt mad waren dann auf Aaron Troschke, weil seine damalige Befragung oder, keine Ahnung, wie man es nennt, Interview, Kurzdokumentation über die Bild, nicht ansatzweise kritisch war und jetzt halt dann das rausgekommen ist, haben sie nochmal extra nachgetauntet, weil sie damals schon mad waren auf Aaron Troschke, was ich auch verstehen kann, weil eigentlich ist ja der Boy immer so als kritischer Fragensteller bekannt gewesen, mehr oder weniger, eher so als alberner Spaßvogel mit, einem Hang zur Sarkasmus, würde ich mal sagen, aber da war das dann halt irgendwie ziemlich gesittet und irgendwie auch langweilig, weil halt eben Placement, soweit ich es mitbekommen habe. Ich frage mich, warum, aber mindestens genauso gut. Also was ist jetzt deine Lieblingsfarbe? Sido ist ein Sp... Parallel dazu sollte das Ippen Investigativ Team auch einen Bericht veröffentlichen, auch über den Axel Sprenger Verlag. Das Ganze wurde aber von dem Riesen Dirk Ippen persönlich gestoppt, denn sprich, man wollte nicht schlecht über ihn schreiben und nicht, dass das so rüberkommt, als ob man noch Geld damit verdient, einen anderen zu bashen. Das... wo wären wir denn hier? Aber natürlich sollte das Ganze ja nicht unter den Tisch gekehrt werden, denn es waren ja bereits mehrere Zeitungen dran, ebenso die New York Times. Das ist aber trotzdem ein kleiner Widerspruch an sich, denn warum hat man überhaupt ein Investigativ Team darauf angesetzt? Wusste etwa nichts davon? Ich meine, das sollte er eigentlich schon wissen. Und warum sollte man es nicht veröffentlichen, wenn es sowieso von anderen Zeitungen veröffentlichen wurde? Die Recherchen zum Axel Sprenger Verlag intensivierten sich besonders nach den Vorfällen im Frühjahr, wo Julian Reichert schon durch Affären mit Mitarbeiterinnen aufgefallen ist. Konkret Machtmissbrauch im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen, den teilweise... sogar mit Drogenkonsum. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich habe nur mitbekommen, dass er eben mit denen geschlafen haben soll, damit sie eine Beförderung bekommen oder so. Oder halt bessere Aussichten in der Arbeit haben. Ja. Keine Ahnung. Also sowas ist halt wahrscheinlich gar ungebe. Finde ich super unnötig. Aber soll jeder das machen, worauf er Bock hat. So. Letzten Endes kommt sowas immer raus. Wie jetzt in dem Fall. Und dann hat man halt die Konsequenzen davon zu tragen. Ich finde es halt auch super unnötig. Und am coolsten fände ich es halt auch, wenn in der Arbeit einfach Arbeit... Wenn Arbeit Arbeit bleibt und nicht irgendeine komische Machtspielchen und alles. Vor allem, weil es ja auch so ist, dass du in der Arbeit... Also ich kann jetzt für mich sprechen. Ich habe oft das Gefühl, dass Arbeit halt nicht unbedingt eine leistungsabfragende Tätigkeit ist. Klar, man sollte Leistung bringen. Aber wenn du halt Beziehungen hast, Vitamin B, wie man es ja auch nennt, dann hast du einfach meistens die besseren Karten. Weil du dann halt viel einfacher nach oben kommst, wenn du dich mit den Leuten verstehst. Viel mehr verdienst und so. Weiß nicht, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß, was so Vitamin B angeht. Wir würden die ganze Zeit komplett socialisen, nur damit man mehr Geld bekommt. Deswegen wäre es cooler, wenn das halt einfach außen vor bleiben würde. So ein Shit. ... diese Beförderung versprochen wurden. Das Ganze wurde natürlich untersucht und es wurde von Reichelt selbst bestätigt, dass das Zug getroffen hat und er das als Fehler ansieht. Wenn man sich hier eine objektive Berichterstattung wünscht, ist das tatsächlich objektiv. Denn er hat selbst zugegeben, dass das der Fall war. Der Axel Springer Verlag war jedoch so, Menschen machen Fehler. Reichelt, Bro, bleib bei uns. Das wäre jetzt echt unangemessen, sich von dir zu trennen. Man konnte natürlich jetzt nicht nichts machen. Und das einzige Resultat, was hervorging, war, dass neben Reichelt jetzt Alexandra Würzbach gesetzt wurde. Übrigens, muah, wunderschöner Name. Um die Unternehmenskultur zu ändern. Das Ganze hat es übrigens schon im Jahr 2018 gegeben. Denn da saß an Julian Reichels Seite Tanit Koch. Sie war der Meinung, oder alle waren der Meinung, dass das nicht ganz so funktioniert hat und die Bild hier einen klaren Weg braucht. Und sie war halt nicht so zufrieden, weil Julian hat einfach alles selber gemacht. Denn was Julian besonders gut kann, ist, Chefredakteur der Bild zu sein. Alles, was wirklich markenrelevant ist, geht über, also relevant für die Marke Bild, geht über meinen Tisch. Und zwar geht die Zahl der Auflagen stetig zurück, schon vor Julian. Aber an sich ist trotzdem die Bild die auflagestärkste Zeitung Deutschlands. Ja, wundert mich auch ehrlich gesagt nicht. Also, ich etappe mich selber auch manchmal, wie ich Schlagzeilen von der Bild lese. Nicht, weil ich ein Bild kaufe, sondern weil die einfach überall rumhängen auch. Und mir denke, what the fuck ist das wieder für eine random Scheiße. Ich kaufe mir es dann zwar nicht und ich bleibe auch noch im Dunkeln. Aber ich denke mir halt so, selbst wenn ich es jetzt kaufen würde, dann wäre es halt übelster Clickbait-Schlagzeile einfach gewesen und es ist irgendein unnötiger Shit, der da drin steht. Deswegen, ich supporte das auch persönlich gar nicht. Kann man sich gönnen, wenn man darauf Bock hat, aber ich lese auch keine Bilder. Aber ich lese allgemein wenig, sagen wir mal, herkömmliche Zeitungen. Wenn ich was lese, sind es eher Beiträge im Internet. Also jetzt keine Voranbeiträge, das ist schon klar, sondern von den Nachrichten. Aber halt jetzt nicht in Printform, sondern einzelne Beiträge und nicht so dieses fette Geschwülst an Papier und dann halt alles rumblättern, komplett umständlich. Irgendwelche kleinen Blogtexte lesen und irgendwelche Bilder gönnen, wie man es ja in der Bild auch machen kann. Ja, nee, deswegen, ich bin da eh nicht mehr so die Zielgruppe für. Also fassen wir ganz kurz zusammen. Es gab bereits Vorwürfe gegen Reichelt. Sie wurden sogar bestätigt durch Reichelt. Und Reichelt ist wieder zurückgekommen, denn wir lassen unseren Boy nicht fallen. Ich glaube, das Einzige, worüber sich die Bild aktuell ärgert, ist, dass sie nicht so dreckig berichten kann über Reichelt, wie sie sonst über andere machen würde. Die Frage ist jetzt natürlich, wie überrascht ist man wörtlich davon? Es gab einen interessanten Beitrag von The One and Only Markus Lanz, wo einige Experten sich versammelt haben. Naja, Experten, also man kann jetzt auf dem Gebiet natürlich kein Experte sein, sondern verschiedene Menschen haben sich versammelt, um zu dieser Thematik was zu sagen. Und ehrlich gesagt, habe ich einige Probleme mit diesem Beitrag, die meiner Meinung nach doch ein wenig kritischer beleuchtet werden könnten. Ich muss für dieses Thema da sein, mich auch hochschwanger fünf Stunden ins Auto gesetzt habe, weil ich glaube, ich hätte es unerträglich gefunden, wenn in dieser Runde schon wieder, in dieser wichtigen Runde oder auch sonst, wie jetzt, bislang in der Öffentlichkeit, keine der betroffenen Frauen zu Wort kommt. Keine der Betroffenen, sondern immer nur über sie geredet wird. In der Sendung erfährt man, dass mehrere Frauen die Stadt verlassen haben, aufgrund von brenzlichen Situationen, beziehungsweise sie hatten Angst zu reden und sie hatten Angst vor der Rache von Axel Springer. Springer übte im Fall Reichelt offenbar Druck auf Betroffene aus. Okay, das ist richtig hart asozial. Springer Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner... Die Drohung mit strafrechtlichen Schritten habe der Verlag... Okay. ...beziehungsweise Julian Reichelt. Jetzt kommen wir zu einer Problem... Servus Malte, Junge, nice, dass du rein schaust. Alles fit? ...matische Sache und zwar sagt dieser Herr... Mein Haus, die Funke Mediengruppe, ist glaube ich einer der ganz wenigen Verlage, die eine Frau an der Spitze hat, Julia Becker. Und die hätte, glaube ich, schon im März anders reagiert. Eine Frau an der Spitze des Verlages hätte vermutlich nach diesem ersten Spiegelartikel anders reagiert und nicht gesagt, ja... Dagegen wird in der Sendung selbst eingewendet, dass ja eine Frau an der Spitze war. Sie unter anderem im Ausschuss saß neben Döpfner. Wobei man sagen muss, im Vorstand von Axel Springer sitzt auch eine Frau, die auch bei dieser Untersuchung beteiligt war. Frau Kasper, die jetzt auch nicht gerade sich wahnsinnig engagiert hat, um diesen Frauen zu helfen. Aber es geht darum, wer steht an der Spitze. Die ist direkt bei Herrn Döpfner mit am Tisch. Ich glaube trotzdem, dass wenn Sie eine Frau an der Spitze eines Verlages haben, es da eine andere Kultur gibt. Das hoffe ich. Ganz einfach. Frau Becker hätte definitiv anders entschieden. Das Problem ist doch, braucht man wirklich eine Frau, die gegen diese Mentalität vorgeht? Denn ich bin der Meinung, dass es eben nicht von einer Frau abhängt, sondern von dem Konzern selbst ist. Ja, stimmt auf jeden Fall. Finde ich auch. Also, wenn man solche prekären Situationen ansprechen will, soll es nicht davon abhängig sein, dass es unbedingt eine Frau machen muss. Als ob das kein Dude machen könnte. Naja, ist halt so. Ähm. Wird nachher noch gezockt? Ähm. Nö. Also, jetzt erstmal ist es nicht geplant. Jetzt ist es hauptsächlich ein bisschen entspannte Reactionzeit. Heute Abend dann, back for blood. Wenn du Bock hast, kannst du ja reinschauen. Aber jetzt erstmal nicht. Außer es ist am Ende noch übel viel Zeit. Bezweifle ich aber heute. Leider, weil wieder schon viele interessante Videos am Start sind. Ich denke von dem Verlag ab. Dieser Verlag lebt von komischen Geschichten, von seltsamen Schlagzeilen, von Krach. Da zu sagen, okay, aber wenn jetzt eine Frau bei Axel Springer gewesen wäre, dann wäre es doch bestimmt anders gelaufen. Und ich frage mich, wie man auf diese Theorie kommt. Denn bei Axel Springer geht es auch um viel Geld. Und diese Zeitung ist nochmal darauf ausgerichtet, viel Geld zu verdienen. Sonst wären die Schlagzeilen nicht so polarisierend. Also, wenn wir jetzt einfach nur den Punkt ändern, dass eine Frau an der Spitze gewesen wäre. Und dass im März ganz anders abgelaufen wäre. Finde ich doch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, die Aussage. Aber das ist natürlich auch nur meine Meinung. Die nächste problematische Stelle finde ich hier. Also, ihr könnt mir gerne, gerne einen Kommentar dazu schreiben. Aber es wäre schön, wenn man sich das vielleicht erst zu ändern hört, meinen Gedankengang zu ändern hört. Und dann seine Meinung dazu sagt. Aber von vornherein ist Zuhören immer das Wichtigste. Dass Julian Reichelt sexuelle Beziehungen gehabt hat mit Frauen, die in einem ganz krassen Machtgefälle zu ihm standen. Und wo sich beruflich und privates so vermischt hat, dass die Frauen große Probleme hatten, mit diesem Machtgefälle umzugehen. Unter Druck waren und darunter gelitten haben. Und da sprechen wir gleich auch sicher noch drüber. Aber dass sie quasi eigentlich auch oft keinen Ausweg in dem Sinne hatten. Weil was macht man dann, wenn der Chefredakteur, der über alles bestimmt, mit einer Berufsanfängerin anfängt anzubundeln und anzubaggern? Dass von Julian Reichelt hier aus ein Machtgefälle besteht, was natürlich viel größer ist im Vergleich zu einer Praktikantin, einer Journalistin, die sehr weit unter ihm gestellt ist. Ja, das ist klar. Und dass er einen Fehler begangen hat, in dem er seine Macht missbraucht hat, auf so eine unprofessionelle Weise, in dem er Frauen vielleicht Beförderung versprochen hat. Das ist sowas von definitiv nicht richtig, nicht professionell und er befolgt hier das bekannte Sprichwort nicht. Das ist mir so obszön. Aber wie hier über Frauen gesprochen wird, jeweils von der Männerseite aus, als auch von der Frauenseite aus. Sozusagen Beratung, quasi Coaching, dann wurde es persönlicher, dann hat man sich vielleicht auch private Sachen erzählt und irgendwann ging das dann so fließend über in eine Affäre. Und manchmal ging es zu einer Beförderung, manchmal wurde aber auch die Person dann irgendwie wieder fallen gelassen, was ja dann auch eben Verwirrung, Verzweiflung, Angst irgendwie ausgelöst hat. Auch irgendwann das Gefühl, ich muss jetzt weiter mitmachen, ich muss irgendwie mitspielen. Das kann ja nicht sein, wenn der jetzt gegen mich ist, wenn der sich über mich ärgert. Was passiert dann mit mir? Was wird dann aus mir? Finde ich einfach nicht richtig, weil hier die Frau immer als kleines, tierliches, zerbrechliches Mädchen dargestellt wird, was aus Angst keinen anderen Ausweg sah. Ich persönlich glaube, das ist nicht die richtige Herangehensweise, weil hier die Frau wieder mal im Allgemeinen in eine Opferrolle gedrängt wird. Und das ist nicht so. Nochmal, weil ich weiß, dass es Menschen falsch verstehen werden. Ich sage nicht in irgendeiner Weise, dass Frauen selbst schuld an diesem Dilemma sind. Ich sage nicht, dass ich Opfer damit nicht ernst nehme, sondern es geht um die Opferrolle der Frauen, die auch hier systematisch fortgeschritten wird. Als ob Frauen immer verzweifelt sind, immer unter Druck sind und sich nicht gegen sowas wehren können. Nein, nein, das war nie ein Thema, aber übrigens auch nicht in anderen Medienhäusern. Also ich hatte, ich habe das mehrfach erlebt, dass niemand meine Texte angeguckt hat. Und wie gesagt, man hat sich auch dabei gedacht. Und man hat ja auch irgendwie ein Thema oder eine Richtung, in die man gehen möchte. Aber das hat da so gar nicht stattgefunden. Frau Rosal. Also, ja, also ist jetzt natürlich alles ein bisschen deeper. Muss ich jetzt versuchen, erstmal hier die richtigen Worte dafür zu finden. Also, es ist folgendermaßen. Ich glaube, bei dieser Diskussion war das halt alles jetzt schon ein bisschen festgefahren, eben auf diese konkrete Situation. Weswegen dann auch in dieser Situation davon gesprochen wurde, dass die Frauen eben nicht wussten, was sie tun sollen. Ich glaube jetzt nicht, dass es wirklich mit Absicht war. Ist jetzt natürlich auch nicht förderlich, dass es halt dann trotzdem so kommuniziert wurde, dass halt die Frauen diejenigen sind, die da in dieser Opferrolle stecken. Aber es ist wahrscheinlich unwahrscheinlicher, aber andersrum kann es, denke ich, genauso sein. Deswegen sollte man das vielleicht ein bisschen neutraler ausdrücken. Aber ich finde, egal ob jetzt Frau oder Mann, also wenn man sich auf so eine Situation einlässt und dann, sag ich mal, verzweifelt ist, dann wusste man es entweder nicht besser oder man ist einfach dumm. Also, man braucht sich nicht auf sowas einlassen, wirklich. Also, außer du tryhard ist halt unbedingt darauf, dass du eine Beförderung bekommst und dann kannst du halt rumheulen, wenn du keine bekommst. Aber da müssen die Risiken halt schon vorher bekannt sein. Da braucht man nicht sich irgendeine Illusion hergeben und sagen, ja, keine Ahnung, jetzt schlafe ich mal mit dem und dann auf geht's nach oben. Also, im Kern ist der Mensch ein Egoist. Und wenn da halt ein Assi da ist, der dir irgendwas verspricht und das dann halt nicht einhält, dann ist es halt so. Ja, keine Ahnung, ist halt ein ganz schwieriges Thema so für sich. Ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich so viel Konstruktives zu beitragen kann. Weil ich finde dann dieses ganze Mindset einfach übelst cringy, dass man meint, man muss mit irgendwelchen Leuten in der Arbeit schlafen, weil man irgendwie dann davon einen Vorteil hat oder weil man, also entweder, weil man halt seine Macht ausnutzen will, super cringe und unnötig. Oder wenn man denkt, man kriegt da dann natürlich irgendwelche Vorteile, eine Beförderung, eine Gehaltserhöhung, genauso super cringe und unnötig. Also, die Leute, die sich in diesen schittigen Situationen befinden, sind, also ich, das ist meine Meinung, finde ich ein bisschen irgendwie auch selber schuld hat. Also, ist halt einfach nur übelst unnötiges Verhalten. Und wenn man sich auf sowas einlässt, dann muss man halt auch mit den Konsequenzen rechnen irgendwo. Es erzählt an dieser Stelle, dass sie mit Sicherheit nur ihren damaligen Job bei Axel Springer als auch anderen Medienhäusern bekommen hat, aufgrund von ihrem Aussehen. Welche anderen Medienhäuser das sind, konnte ich jetzt nicht raushören. Vielleicht hat sie das in irgendeinem Buch beschrieben, aber ich gehe jetzt einfach mal primär auf den Axel Springer Versag ein. Dass die BILD vielleicht nicht deine Artikel interessieren. Ja, das hätte ich tatsächlich von vornherein sagen können. Denn, wie gesagt, die BILD sticht nicht hervor durch mitreißende und gut geschriebene Artikel. Die BILD fällt auf durch Krach. Unter anderem wird hier an einer Stelle darauf hingewiesen, von der Spiegelautorin, wenn ich mich nicht irre, dass Männer ja auch darauf hinweisen könnten, dass vielleicht manche Sprüche von anderen Männern nicht besonders gut waren. Hilfreicher, sinnvoller, fruchtbarer, wenn man so will, wäre es doch, wenn zum Beispiel nicht nur immer die Frauen die sind, die sich über irgendwas beschweren, sondern wenn halt Kollegen, Männer, die ein bestimmtes Verhalten beobachten, dass denen überhaupt erstmal auffällt, das ist vielleicht nicht okay. Und dass die dann, keine Ahnung, in welchem Umfeld Männer sowas machen, beim Bier oder in der Teeküche oder am Pissoir oder was weiß ich. Sagen Sie mal, dieser Spruch vorhin, das war, glaube ich, eine Nummer zu viel. Ja, also ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich habe selber noch nie so krasse Sachen in der Arbeit erlebt, dass Leute sowas Krasses gesagt haben zum anderen Geschlecht. Deswegen kann ich da nicht so krass relaten, aber ich denke schon, dass man da was sagen sollte, wenn man merkt, es geht halt hart unter die Gürtellinie oder auch, wenn es halt schon anzüglich ist, auch unterschwellig, kann man da auf jeden Fall was sagen. Ich glaube, das ist insgesamt unangenehm, wenn man auf der Arbeit mit sowas konfrontiert wird. Vor allem, wenn man einfach nur arbeiten will und seinen Schritt machen will, um sein Geld zu verdienen. Viel eher für sich einstehen, viel eher was sagen und vor allem in der Situation was sagen. Die Leute kriegen es teilweise nicht hin, Menschen auf der Straße zu helfen, Menschen in der U-Bahn zu helfen. Und dann erwartet man, dass Leute am Arbeitsplatz sich für andere Leute einsetzen, obwohl sie das nicht mal in Notsituationen hinkriegen. Ich meine, das ist ein bisschen optimistisch. Ja, ich sehe es ja auch eher als utopisch, optimistisch, weil es ist halt auch so, wenn es jetzt wirklich einer in deiner Arbeit ist und du halt mit dem zusammenarbeitest, meinetwegen auch gut befreundet bist oder halt auch nicht unbedingt gut befreundet bist, sondern einfach, wenn du jeden Tag mit dem zusammenarbeiten musst, dann ist die Hemmschwelle wahrscheinlich ganz woanders, weil du dir das so denkst. Also wenn es jetzt nicht hart von der Güterlinie geht, sondern wenn es so ein bisschen unterschwellig ist, dann denkt man sich wahrscheinlich, boah, keinen Bock jetzt auf den mit dem da zu diskutieren und dann muss ich jeden Tag mit dem da zusammenarbeiten und mir jetzt dann scheiß anhören, dass er irgendwie das nicht korrekt fand oder dass er dir dann halt irgendwie auf dich angepisst ist. Also ich glaube, viele Leute machen es sich dann einfach bequem und sitzen es dann einfach aus und denken sich, ja, scheiß drauf, ist mir egal, so eine Art. Solange ich nicht abgefuckt werde, ist es mir relativ vain. Ist ja auch, wie sie schon sagt, das ist auch Zivilcourage allgemein jetzt ja auch nicht so, ist, dass da jeder direkt in die Bresche springt, wenn jemandem was passiert. Und bei so Banalitäten ist es dann halt wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher. Ja, also da wäre es dann schon, wäre es schon cool, wenn es halt bei der Zivilcourage schon krasser wäre, aber was soll man machen, ne? Also kannst du jetzt ja nicht Leute alle zu zwingen, dass sie irgendwas machen. Wäre natürlich optimal oder auf jeden Fall besser, als es halt jetzt ist, ne? Dass Männer sich doch gefälligst auch mal für die Frauen einsetzen sollen und ihrem Kollegen am Pissoir sagen sollen... Ja, das ist unnötig. Weiß ein bisschen viel, ne? Was soll denn der andere Kollege sagen? So, ja, Mann, du hast recht. Penisklatscher. Kann man denn Änderungen erwarten, wenn man eine Frau Rosales hört, war das Ganze schon vor zehn Jahren so? Und ich frage mich, ob das in zehn Jahren vielleicht auch wieder so ist, denn ehrlich gesagt weiß ich nicht, welche Konsequenz man daraus zieht. Ja, es gab Vorwürfe im Frühjahr und okay, es war nicht so schlimm, genau, kann man mir ein Auge zudrücken. Aufgrund von Druck durch die Öffentlichkeit wurde er jetzt doch entlassen. Und die Kollegen trauern ihm nach. Okay, Penzi. Vor allem, ich habe gesehen, da haben irgendwelche Leute noch hinterher geheult, dass er gehen musste. Das fand ich auch schon unangenehm. Vor allem, weil er ja eigentlich so kritisch, äh, weil er ja so kritisch im Rampenlicht steht. Servus, Arthur. Nice, dass du reinschaust mit dem Joker. Joker-Emotes. Das Problem ist, wie geht es denn weiter? Was genau wird sich ändern? Und ist man wirklich überrascht von dem Axel Springer Verlag? Das, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie jetzt einfach eine Frau an die Spitze setzen als Chefredakteurin und so versucht wird, den Ruf vielleicht ein bisschen positiver zu gestalten. Aber ob es wirklich konsequent was ändern wird, kann ich ehrlich gesagt so nicht voraussehen. Wird es jetzt mehr Gleichstellungsbeauftragte geben? Wird es mehr Frauen geben? Was passiert jetzt genau? Probleme durch ein Machtgefälle gibt es meiner Meinung nach auch auf YouTube. Ich habe bereits schon in der Vergangenheit aufgezeigt, dass es hier nur mal zum Beispiel einen YouTuber gibt, der durch sexistische und sexuelle Inhalte besonders auffällt. Der junge Frauen oder auch ältere Frauen für einen sexualisierten Kontext nutzt. Ja, und das interessiert halt niemanden, weil Sex sells und es funktioniert halt auch einfach. Und alles geht einfach seinen gewohnten Gang. Was ich persönlich auch sehr kritisch sehe, ist einfach, wie viel Macht hat der Axel Springer Verlag? Hat ein Dirk Ippen, dass er wirklich eine ganze Investigativrecherche stoppen kann mit irgendwelchen Begründungen, die nicht mal Sinn gemacht haben? Und ist Julian Reichelt nicht vielleicht eher der Sündenbock? Nicht vielleicht eher ein kleiner Fisch? Denn die großen Männer sind die hier. Man sollte doch eher mehr noch die Hintergrundkulissen betrachten und vielleicht den auch ein bisschen näher beleuchten. Aber vielleicht ist das ja eine neue Serie für Sky oder so. Ich weiß es nicht. Bis dahin könnt ihr auf Sky die... Also ich glaube halt, dass es jetzt nicht nur ein allgemeines Problem ist vom Bildverlag, sondern es ist in jeglicher größerer Firma, ist es wahrscheinlich einfach so viel, wahrscheinlich sogar auch in kleineren Firmen, dass es da zu solchen Sachen kommen kann. Und es sind halt wahrscheinlich... Also ich gehe davon aus, es sind ziemlich viele Leute, die da halt so komisch unterwegs sind und meinen, sie müssen, ja, sowas deichseln, wenn sie mit jemandem eine Beziehung eingehen, dem eine Beförderung zu bescheren oder dass sich jemand darauf einlässt, eben um befördert zu werden. Also das ist jetzt halt ein Extremfall gewesen, weil es halt der Chefredakteur von der Bild war, aber es gibt bestimmt auch genügend anderen Firmen und auch genügend Menschen, die das halt machen einfach. Ich meine, bei Blizzard war es jetzt ja auch schon so, da ist es halt auch wieder so ein Extremfall gewesen, aber das gibt es ja auch bestimmt auf mittlerer Management-Ebene zu Genüge. Da ist es halt bloß nicht so prominent, beziehungsweise wird halt wahrscheinlich eher drüber gelacht, halt in den entsprechenden Kreisen, als dass es dann halt kritisiert wird. Naja, kleiner Rant. Das finde ich halt ein bisschen sad. Also ich finde es cool, wenn man auf der Arbeit mit Kollegen cool ist und halt auch so was in der Freizeit wieder mal vielleicht ein bisschen was machen kann. Aber wenn es auf so krass persönlicher Ebene geht, halt Beziehungen auch und irgendwie so, boah, ja, ich mache für dich irgendwie so eine, ich mache für dich irgendwie eine Chefpostenstelle klar. Es muss ja nicht mal sein, dass es, dass du mit jemandem eine Affäre hast und ihm dann eine Stelle klar machst. Ich finde es ja auch schon cringe, wenn du deine Frau irgendwie in die Firma holst, die irgendwie, weil du bist halt so der krasse Chef und dann sagst du, ja, ich mache dir jetzt krasse Stelle als Sekretärin klar. Mit übel Gehalt kommst gerade in die Firma rein, todesrich. Ist halt einfach, finde ich, cringe und unnötig. Und das ist das, was mich ein bisschen sad macht, dass halt Arbeit nicht immer professionell ist, sondern halt auch oft solche emotionalen Faktoren mit drin hat und auch vor allem Vitamin B. Also deswegen gibt es ja ein eigenes Sport auch dafür, weil es ist einfach gang und gäbe und ich finde es einfach super unnötig. Ibiza-Fähre anschauen, denn das Video ist hiermit vorbei und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und falls ihr nicht genug kriegt von Intrigen und Skandalen, ab in die Infobox. Gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben, eure Meinung schreiben und was ihr von der ganzen Sache haltet. Ob ihr denkt, dass es irgendwelche Konsequenzen geben wird, langfristig gesehen, und ob sich wirklich etwas ändern wird oder es doch nicht vielleicht eher beim Alten bleibt. Ja, war auf jeden Fall ein richtig cooles Video von Saschka. Könnt ihr gerne kostenlos abonnieren, könnt mich gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr Bock habt. Vielen Dank fürs Reinschauen an der Stelle.